Bist du bereit? Ja. Hallo ihr Heimwerker! Jetzt zeigen wir euch mal eine richtige Obi-Hammer-Werbung. So, wir machen was anderes. Wir zeigen euch, wo der Hammer hängt. Achso, dann probiert es zu Hause nicht aus. Das tut weh. Cool. So, dann will ich mal den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich gespannt. Wahnsinn. Ey, Wahnsinn, ich halt's nicht aus. Ich pack's nicht. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und? Hammerhart. Also ehrlich. Finale der Hammerwerfer. Wie lange hast du das geübt, sag mal? Und? War gut?